Oh cool, die stehen jetzt gar nicht. Äh, wissen wir wie? Nicht, nicht? Jo, jo, Rios! Das war jetzt doof. Ja, wieso kannst du mich doch mithauen, ist doch wisch. Ja, ich muss ja hinter die. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh kacke, das hab ich grad schon wieder vergesst. Äh, na ja. Sorry. Na ja. Passiert nicht wieder. Hehehe. Passiert nicht wieder. Hehehe. Ah! Ah! Na ja, jetzt ist ja eh wurscht. Heheheheee. Hehehehe. 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 Hehehe. 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 Was ist das denn jetzt? Hehehe. Alle 700er Gruppenplatten machen. Hehehe. Fangen wir mit den 500ern an. Hehehehe. Ja, irgendwo sind da noch ganz viele. Gleich hinten. Ja, wenn nicht, wir können einfach quer zu quer alles platt hauen. Oder wurscht. Ach, 700. Hier. Ich hab mich mal auf das Kampfeck gespannt. Oh ja, das wird witzig. Ah, das sieht doch nach Gaudi aus. Hinten. Hinten. Wo soll ich jetzt hin zum Fick? Hinten. Stell mich mal da hoch, hör. Wo ist denn mein Sakri da? Der Ini, der ist da unten. Stell mal da hoch. Hehehe- Mal weiter weg, doch jetzt bin ich weg. Je, guck dich um. Und ich bin weg. Und wieder? Das war mal ein geiler Reim, nein. Ich bleib mich heute selber ein, nein. Ist das deine Party hier? Ja, Pech, jetzt gehört sie mir. Ja, mein geiler Reim. Yeah. Ja, der sitzt. Genau im Sommer kommt der Postmann, der bringt mir meine Post an. Wenn Winter ist, ist Frost dran. Ich ersteige mir irgendwelchen Scheiß bei Ebay. Doch leider brauche ich den Scheiß dann nie, ey. Ich glaube, ich muss mehr allgemein bildende Videos mehr anschauen. Ja, guck dir mal Kollegen an, Sturmmaske auf. Bald sagt man, dass Stiere einen Kollegen Nacken haben. Ach Gott, ey, das ist doch der Wahnsinn, Alter. Jetzt macht ihr hier japanische Ges... Genau, genau, was ist los mit euch arschgefickten Striche? Ihr macht japanische Gesichter wie Anime-Entwickler. Das sind Lines, Alter, das sind Lines. Scheiße, da komme ich gar nicht hin. Ach stimmt, ich wollte ja Sprung in die Scheißleiste. Ah! Wieder kein Sprung. Diesmal denke ich dran. Ich schaffe das. Jetzt habe ich ein Baby zu viel verbraucht. Das macht er nicht. Ja, dann kann ich mich aber nicht, damit ich die Feinde angreifen kann, kann ich nicht machen. Ach so, das war das mal gern, okay? Jetzt machen wir hier Opferhäschen hier. Boom! Da ist das auch Healing Resistance, zwei Prozent. Hm. 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 Ja, Rias, oder hörst du gerade hier K.I.Z. hier? Äh, was? Hörst du hier K.I.Z. oder was? Äh, nein, ich hab nicht. Hurra, diese Welt geht unter. Materia finde ich eigentlich auch noch geil. Äh. Äh, ja gut, es kommt auch an, ein paar Songs von dem sind echt gut. Äh, Endboss finde ich lustig. Also, vor, sowohl das Musikvideo als auch, ähm, der Text dazu ist geil und sich die Musik nicht so, aber... Kollege ist das Beste, ja. Ähm, ähm, kennst du, ähm, Endboss von Materia? Ne. Äh, egal, zumindest da geht's immer, äh, ja, er springt von Level zu Level und, und irgendein... Ah, doch, doch, kenne ich doch, ja. Wo ist das Sensenmann quasi, und dann kommt das so, so aller Typ wie rein, äh, so. Aber ich verrate dir, im Tipp, wert, wo ich dann ganz schluss, neustart. Ach so, ah ja, stimmt, ja, doch, doch, schon, das Song kenne ich, ja. So, das ist ja halt gestorben, so, nachher. Okay, ich fühl dich gut, dich an. Ich springe von Level zu Level zu Level. Genau. Das machen wir ja hier gerade, nur live, ja. Äh, warte mal, ich kann ja dann gleich wieder ins Zurück gehen. Ein paar Steine werfen! Oh, das war jetzt nicht so klug. Aber Kollegah ist auch nicht schlecht mit, mit Stiernacken-Kommando oder Sturmmaske auf oder Game-Changer. Boah, Alter, das sind üppi. So, jetzt, jetzt tu ich aber den Sprung rein. So, jetzt, jetzt mach ich das. Ja, noch einen Kampf, dann ach so, das haben beide sogar Level ab, oder? Ja. Okay, hast du? Jo, hab ich. Ja, gleich. Nee. Nee. Ja, doch, hab ich. Ach nee, Moment, nee, Spaß. Äh, wo soll ich mich instellen? Oaps. Äh. karieris Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.